Oh, guck mal! Der schöne Sonnenuntergang. Wow! Voll kitschig. Spaßverderber. Oh, guck mal! Ein Glückspilz. Du Dummkopf, das ist ein Fliegenpilz. Was soll denn das? Das musste jetzt echt nicht sein. Übertreib doch nicht so. Ich fand den schön. Das war doch nur ein Pilz. Hier stehen überall welche. Der war aber trotzdem schön. Außerdem geht es nicht darum. Deine Reaktion war scheiße. Was soll denn das? Das musste jetzt echt nicht sein. Ja, tut mir leid. Ich hab überreagiert. Warum hast du das gemacht? Ich hab halt nicht so eine große Begeisterung für Pilze. Allgemein nicht für den Wald. Können wir nicht auch mal was anderes machen? Aber deswegen brauchst du doch nicht den Pilz zu zertreten. Ihr wollt aber nie woanders mit mir hin. Wo möchtest du denn gerne mal hin? Sowas wie klettern, schwimmen, irgendwas Aufregenderes. Ja, gut. Dann machen wir das nächstes Mal. Okay, das ist eine gute Idee. Vielleicht ist es wirklich mal Zeit für etwas Neues. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.